Medal of Honor Durchsterber Oder, keine Ahnung, ich finde jetzt gerade keinen besseren Namen dafür So, also, ich hole mir jetzt erstmal von dir hier Ja, dann gibt irgendwie Deckung Aber jetzt können wir auch mal den anderen nochmal ausprobieren Genau, deswegen habe ich das gemacht Ich wollte die anderen Aufbruchsmethoden mal ausprobieren Ähm, hier, die Schrotflinte Loll Loll War doch Nein, 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 boah Okay, jetzt haben wir uns Echt? Okay, ich folge euch Alle mir nach, ich folge... was? Oh Ja, wenn die von links kommen, dann kriegen sie auch von links eine Granate Ach, er meinte von da links Glaube ich Oder? Vertue ich mich da jetzt Danke Da ist Da geh ich jetzt aber bestimmt nicht lang, so wie ich das nämlich kenne So wie ich mich kenne Ja, ja, ich geh nach rechts Ja, ja, ich geh nach rechts Okay, ich komme Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich werde da mit Sicherheit nicht über die... Uh Ja, 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 hier Da war doch auch noch einer Sag ich doch Komm raus Au Aua Ach Treffen mich aber auch immer aus allen möglichen... Unmöglichen Ecken Das ist voll, voll, voll fies Ja, ich hab den Feind am Boden erledigt Äh Da, hier ist ne gerade Härte Genau, bitteschön Schenke ich euch Bumm Pfff Röms, meine lieben Freunde Röms Sieht ja geil aus hier, muss ich ja zugeben Richtig schöne, äh Richtig schöne Endzeit Was? Oh, nein Okay Hier dann Ich komme Also, ich folge meine ich Von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Ach, schon wieder ne Tür Warten wir mal denn jetzt schönes? Können wir denn überhaupt was auswählen? Irgendwie nicht so Schade Och, ist das schön hell draußen Alter, was war denn das schon mal für ein cooles Gebäude? Voodoo, hier Dingo Los Dingo Hier unten ist alles still Die Grom ist beunruhigt Könnte ne Falle sein Kein Problem Dingo Wir ziehen die ganze Aufmerksamkeit auf uns Ja, Voodoo ist klar Wir ziehen die Aufmerksamkeit auf uns Du meinst, ich zieh sie auf mich So und nicht anders Was ist denn das hier überhaupt für ein Gebäude? Ey Dingo, wir sehen euch Treffen uns am Eisstadion Roger, die ERW von der Straße runter kommen, desto besser Finde ich auch Wollte ich gerade sagen, da kam nämlich auch von links Scharfschützen in den Gebäuden Von hier haben wir kein Schussfeld Dingo, Dingo, BD-Glas Taro, Tür Zur Tür Ich erledige das und ihr sagt dann wieder getroffen So sieht's nämlich aus So, was nehmen wir jetzt schönes Kann ich hier mal auswählen? Ja, ich kann was auswählen Jetzt gehen wir die ganzen schönen Sachen mal durch Hier, hier flexibler ist flexibel linearer Sprengsatz Da freue ich mich jetzt drauf Den nehmen wir jetzt mal Kleben den ganzen Spaß da dran Und dann räumen wir da drinnen die Kollegas mal aus Alter, ist doch Panzertape Seit wann kann Panzertape explodieren? Werden wir zumindest neu War's das? Gesichert Okay Hauptsache ich hab schon wieder ein Snipergewehr Ich darf wieder Snipern Obwohl ich das ja so gut kann Woher willst du denn den wissen? Du bist doch da versteckt Ich kann überhaupt nichts sehen, weißt du? Hey! Alter! Alter, ne? So viel zum Thema, du Aaaaah, Loch Hab ihn! Da ist einer Da war einer Nur noch da Nein, drüber geschossen Manno! Okay, den hab ich erwischt Okay, den hab ich erwischt Und weiter Ja, einer weniger Nein! Manno! Manno! Ja! Hab ich doch richtig gesehen Zack! Da! Alter! Ey, der hat seinen Scheiß Ich hab ihn! Ich flipp aus! Glaub ich schreib ne E-Mail an die An EA Und sag, alter Leute Mit diesem Scheiß hab ihn Mach dir das ganze Spiel kaputt Ja, war klar Wo denn? Da, Granate Ich hab wenigstens jetzt einen erwischt Sperrfeuer! Und Granate! Was? Da oben sind die auch noch Das war so klar Und hier, dann kriegt er die Ich hoffe, die ist wirklich nach oben gegangen Ja! Isel! Aua! Aua! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Tora und Granaten Wir sind die besten Freunde Ja, Feind am Boden Weil, der hat erschossen Hä? 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 Da war doch noch einer Da ist auch noch einer So, wie gesagt Irgendwo da Irgendwo da Vielleicht ist das auch da Ach, das war so einer hier mit Keine Ahnung, Metallschutz Weste oder irgendwas Keine Ahnung, Metallschutz Weste oder irgendwas Keine Muni mehr Gib mir mal in einer was Bitte Ich hör nichts Bo Oh oh, Granate Alter haben die haben die NPCs Sind die alle aim-Bots Oder was? Ich mein, okay, es sind ja Bots Aber Ach da Da ist noch so ein Kandidat Weiter? Mehr? Noch was? Wo müssen wir denn überhaupt lang jetzt? Bestimmt da hoch Aber ich geh jetzt hier lang Oh, oh, was glaub ich keine gute Idee war Wo kommt die? Da Ey, die sind doch jetzt einfach da gespawnt irgendwo Das ist doch voll die Scheiße Mal ganz ehrlich, aber das war jetzt wirklich scheiße Die sind einfach mittendrin gespawnt Das ist doch eine Scheiße Also Trigger-Events Schön und gut, ne? Aber, äh Das ist dann teilweise doch Das ist dann mega scheiße Ganz ehrlich Da hört dann auch der Spaß auf Das macht dann auch keinen Spaß mehr, Freunde Den scheiß kann er Nimmer Der auf dem Rücken Halten auf jeden Fall extrem viel aus Dadurch, dass sie diese Klamotten da anhaben Nein, den hätte ich Ich seh sie Ich konnte jetzt gerade nicht durch diese Scheiben hier durchschießen Ist auch interessant Wen oder was schießen die denn da? Ach da hinten Und da oben irgendwie Bäm Ich hab keine Muni mehr, Freunde Ich muss jetzt mal zu euch Irgendwie 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 Ich könnte auch zu Voodoo laufen, ne? Der ist da eh versteckt Mach ich auch Hättchen Gäste Okay Hoi Ich treffe den Ich befürchte mich Ne Echt nicht so einfach Okay, das war er Okay, die Granate habe ich nicht aufgeworfen, aber die hat gesessen Ja, ich mache ja weiter, weiter Ey, 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 ey Meine Güte Hey Hielt mir mal bitte auf die Leute schießen, die da rumstehen So, jetzt ist doch Okay, der ist weg Jetzt ist doch nur noch der da oben Geht doch mal anständig Was, wie, warum lauft ihr jetzt auf einmal Hä? Boah, was war das? Was war das, bitte? Jetzt gibt mir erst mal Muni Tun wir das? Okay, dann bin ich hier mal gespannt 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 Okay, dann bin ich hier mal gespannt